...auf dem Programm und auch hier sieht es so aus, dass jeder Fahrer, jede Fahrerin auf eigene Rechnung und Gefahr fährt und den Anweisungen der Jury ist unbedingt eine Folge zu leisten. Wir bitten das Führungsfahrzeug aus dem Autohaus in Nietzsche anzufahren. Die Schüler bitten ebenfalls auf die Reise zu gehen, allein um gute Fahrt und den Teilnehmer der geliebten Klasse. Geht ihr mit auf den Weg? Bitte haltet hier die Rettstrecke unbedingt frei. Vielen Dank.